ja schönen guten tag krenz hier am apparat ich spreche mit dem taxiunternehmen perfekt ich bräuchte bitte einmal eine abholung am pd bzw hier an der polizeistation folgendes ich habe einen noch ein bisschen zeug am flughafen lagern was bitte in meine wohnung müsste ist möglich dass wir vom polizeipräsidium aus einen abstocher machen zum flughafen und von dort aus zur wohnung das ist alles möglich wollen sie gerne den express service der ein wenig teurer ist und ein bisschen schneller geht oder den normalen service ich würde den normalen service erst mal bevorzugen alles klar dann bin ich gleich bei ihnen alles klar bis gleich tschüssi bis gleich tschüss holi allöschen strengen sie ein daher ja wunderbar das ging ja recht zügig bei uns doch immer perfekt so daher dann markieren sie mal die stelle wo sie gerne hin möchten ich gebe mal wie können sie mir das mal hinterreichen hier bitte oder ja bitte schön einen moment hier haben sie es aha dankeschön moment jetzt muss kurz ein bisschen hier noch unten wischen sollten sie eigentlich sehen na dann fahren wir mal los war ja los geht's weil sie ein schnickes taxi finden weil das sollte glaube ich genügend stauraum haben vor allem hinten dann die koffer hoffen wir mal das sollte gehen ich glaube ich habe nur irgendwie so fünf sechs koffer das kriegt man schon irgendwie rein ok was wollen sie denn transportiert haben das sind einschließlich mir dann ja ein paar köfferchen weil ich habe jetzt meinen umzug sozusagen geplant und versuch es jetzt hier einfach mal ich habe mir schon meine wohnung die übergabe hat noch nicht stattgefunden aber hauptsache mein gepäck ist erst mal dort der rest ist mir fast schon egal so wo müssen wir dann genau hier genau hier einfach irgendwie da vorne parken am besten gleich ran von jedes jahr noch vorbeikommen würde ich das zeug mal holen ich habe mir das vorhin in so eine art lager dort ein lagern lassen ich will sie erst mal fragen so ich habe den bescheid gegeben die holen das gepäck wäre es möglich können sie vielleicht mit anpacken klar da geht es vielleicht einen ticken schneller kein problem machen wir kommen kofferraum schon mal auf oder irgendwie machen wir mal einen kofferraum auf 1a so da wollen wir das zeug passt ganz viel rein ich habe mir eine körperchen haben die freundlicherweise hingestellt dann einmal hier zu lang zwei stellen sie sich ein zwei schnappen dann probiere ich habe zwei perfekt ganz schön schön ja es ist halt ein bisschen zeug drin aber das ist von büchern über werkzeug alles mögliche was man hier irgendwie braucht man so moment ja das sieht gut aus wenn ich das noch ein bisschen was das sollte gehen aber das soll ich kriegen wir hinten sondern platz haben sie beim taxi und nehmen eigentlich auch so eine irgendwie so transporter direkt also größere oder sind das jetzt ausschließlich die modelle also alles alles mögliche man je nachdem wie es halt ist ja wie es gefragt ist sondern bis jetzt war das also wir sind ja noch neu ja das taxis unternehmen gibt es noch nicht lange ich habe übrigens meine koffer mal auf die rückbank das wäre ideal da würde ich mal dann hast du da genug platz na der passenden der pass nicht mehr ich würde mal ja auch irgendwie so vorne an der seite vielleicht noch mal eins wollen sie vorne oder hinten reinpacken das ist eigentlich egal hauptsache es sitzt irgendwie drin und schauen wir mal hier im fußraum und ein ja dann geht das haben wir hier noch den kofferraum zu so dann pflanze ich mich nach vorne mit hin ja gerne ja hier ist auch ein bisschen mehr fußraum sehr schön das sollte glaube ich ja das ist ja richtig ich habe meine anreise vor wenigen stunden ich bin eigentlich tot müde jetlag und so weiter will ich eigentlich gar nicht davon erzählen aber ja hauptsache mir ist nur mein gepäck wichtig dass es erstmal vor ort ist der rest mache ich dann das ist wichtig das mache ich dann später und sie selbst so wie lange sind sie schon beim dann beim taxi unternehmen wie gesagt das taxi unternehmen gibt es jetzt seit paar tagen so zwei hat das seit gestern abend dabei ja ich hätte nicht gewusst was ich getan hätte ohne taxi dafür sind wir da so ist es dann haben wir aber glück dazu nicht den express service genommen haben das war da jetzt mal wahrscheinlich nicht alles reingekriegt ja gut er geht ein bisschen schneller da wäre ich mit dem amg gtr gekommen wo geht es denn hier hin also ist das von hier aus oder ja also ich habe mal geschaut die wohnübergabe hat nämlich noch nicht stattgefunden ich das sollte eins von diesen immobilien vor uns sein von dem mit balkon ich glaube auf der linken seite sind das da im exposier stand ja dann fall ist uns fahren sie hier vorne irgendwie mit rand auf dem bord stein da hier ja ich musste sich ist leider die oberste leider die oberste etage das passt dann müssen wir ein paar mal laufen aber kriegen wir schon und das schauen wir mal wollen sie den hingetan ich hatte keine ernten also der der war hier hinten mit den hatte ich ja noch nicht vor mitgetan oh oh nicht so talentiert alles gut ist das kenne ich bin manchmal auch ein bisschen tollpatschig die will er gar nicht hier ich will wissen was los ist egal sonst greife ich irgendwie durchs fenster durch hier aber kaputt es war leider kein aufzug hier das gute stück aber das kriege ich schon okay und dann lass ich den koffer sonst erstmal hier irgendwo in der ecke stehen ich brauche wie gesagt erstmal nur den schlüssel moment alles klar ein fach vorne jetzt schmale ja klar aha okay garage wir versuchen damit das ist keine ahnung briefkasten vielleicht ja schon passend nicht behindertengerecht die stadt ja teilweise schon also vor allem mit dem bord stein gestaltet sich manchmal schwierig ja ist es denn sicher dass hier noch eine wohnung und eine wohnung frei ist ja ich hoffe es doch zumindest hätten die mir glaube ich nicht den schlüssel gegeben stimmt allerdings probier mal das war das briefkasten ding so klemmt das jetzt ach so dann ist im moment vielleicht ist es die ich wünsche nach wie von hier oben ja tatsache die ist es hier ist es ja sehr schön dann bringen wir hier mal den koffer hin oder das ist richtig ja ich bin jetzt zwar nicht schwindelfrei tatsächlich aber ich weiß einfach nicht nach unten gucken sind sie vielleicht gut trainiert sie werfen mir die koffer hoch oder ja das können wir allerdings auch so machen dafür würde ich aber wenn sie kein problem damit haben mein jackett und mein hemd ausziehen das können wir ja klar dann ja ich weiß nicht wie weit kommen sie hoch ungefähr mit den koffern ich glaube wenn sie eins runter vielleicht noch eins runter genau das wäre ganz gut okay dann machen wir das vielleicht kriegen wir das irgendwie hin dass ich dann von von dieser etage hier ja noch mal ein bisschen hochwerfen und das wäre das wäre natürlich stark das wäre ja das könnte gehen das ist die realeste chance dann sparen wir ein bisschen ich versuche mal ja okay zu geil zu geil ära an den typen oh man ist das toll so habe ich mir vorgestellt ach geil schön ist das geil schön ja koffer sind sie bereit ich bin bereit ich im moment moment das sollte gehen ja ich beug mich mal ein bisschen vorher ich nehme schwung ja und 3 2 1 ok ok habe ich habe ich habe ich sehr schön mit sie immer说 dem ab schon mal eben demnächst ja so achten der ist ein bisschen schwerer okay aber ich hoffe ich kriege das hin ich hoffe ich auch sie ich mir mal eben hier mich heraus so ein kleinen moment 1 und haupt das war knapp das war knapp antja so schon mal den nächsten ja so der geht jetzt wieder einigermaßen mache mich bereit ja jetzt geht ja wenn sie ein bisschen geradeaus werfen dann sollte das passen ja ich gebe mein bestes ok 3 2 1 und hopp oh scheiße scheiße ich hab ihn hab ihn alles gut ich hab ihn wieder bitte nochmal das war die hand nicht schnell genug da ach alles gut ich versuche es nochmal ja bitte sind sie bereit ich bin bereit 3 2 1 und hopp oh perfekt 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 so schön ist ja noch platz hier sagt passt das noch oder müssen wir alles gut ja werden sie vielleicht zu freuen mir ist gerade hier hier kam gerade so eine windböe werden sie so freundlich mir mein hut vielleicht noch mal hoch zu werfen ich war diesmal ein bisschen schlauer ich hab direkt zwei aus dem auto mit zwei koffer ok das ist moment ich werfe jetzt erstmal ihren hut ja das ist ein bisschen schock wie ist der wind da oben geht das gerade oder also der kommt eben von der straße so ein bisschen also wenn sie ein bisschen gegen steuern so ein bisschen nach links ich werfe da mal so ein bisschen hier gegen die partner in die richtung das sollte gehen so in die mitte ja okay 3 2 1 und hopp oh 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 ja er kommt perfekt ich bedanke mich der ist so mittelmäßig das geht okay ich weiß ja nicht was sie alles mit haben aber ja da ist halt wie gesagt teilweise viel werkzeug mit drin aber ach so ok bist du bereit ich bin bereit alles gut für mich bleiben ja sind sie bereit ok 3 2 1 alle habe perfekt der kam wundervoll der kam wundervoll so moment dann packe ich den mal wo ich habe ich noch platz hier da ist da noch platz oder ja ich glaube wenn ich den ja ich glaube den einfach oben drauf zwei koffer müssen noch ich bin jetzt auch nicht unbedingt trainiert also mir geht langsam die puste aus aber ja es ist auch sehr anstrengend ich sag morgen ist wahrscheinlich der muskelkater da ja das könnte ich mir vorstellen da gibt es aufschlag oder krankengeld je nachdem dass ich noch lösen muss 3 2 1 und los oh der kam gut ich ruhe mal in den letzten koffer ja und hier zack einfach geil einfach geil so liebiges app der letzte koffer ist ziemlich schwer ach so dann wird das ok dann weiß ich welcher das ist immer zu tragen ok ja bei dem ich glaube ich kriege ich den dann nicht hoch ok 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 dann sonst kann man hoch also in ordnung ach du scheiße also sonst geben sie mir den schwersten ich habe noch ein paar kapazitäten also dann versuchen sie sich sonst an den ach das war der bitteschön ja ok ja gut ok das ich schau einfach mal da muss ich jetzt durch also wenn sie sich an einem der leichteren irgendwo bedienen dann geht das vielleicht ein bisschen entspannter ich nehme mir mal an dass der geht ja komm nimm mir noch den ich hab zwei stücke ok perfekt dann sparen wir uns vorwärts komme ich ganz schön ins schwitzen warum muss ich so geizig sein und alles in einen koffer reinpacken ich glaube ich muss gleich auch mal zu meinem haus und mir einen neuen anzug holen er ist durch geschwitzt ich glaube ich wollte aber auch erstmal eine dusche das geht irgendwie ein türraum reinstellen da geht ihnen drei koffer kriegen wir das direkt jetzt mit dem hin ich glaube ich glaube ich glaube er und zwei mittel ja solch sind schwere nehmen und sieben die zwei mittel oder sollen wir das andersrum machen weil wir geben sie mir den was lauren ich nehme den schweren und den leichten dem sie die mittleren ok so und hier ich versuche ich mal übereinander zu nehmen ja das kommt wir schaffen das wir schaffen das ich werde nicht jünger mit dem scheiße das ist also die treppen sind ja das schlimmste haben ja okay ich das nächste mal ich achte beim nächsten mal auf einer scheiß aufzug oder auf dem erdgeschoss ja bis gleich kommt ich sag dir aber noch ein koffer hätte ich jetzt nicht gekriegt geht sie gut ja nur gefallen ich habe gerade übers reich nicht gestolpert so koffer sind zumindest oben ja ich muss kurz vor schnaufen dass die zeit die zwei sekunden muss ich mir nehmen kurz alles gut keine stress bisschen luft schnappen hier aber da bin ich froh dass sie da gekommen sind das ist ja gerne doch das weiß ich nicht glaube da hätte ich dann fünf pausen zwischendrin mehr eingelegt und da würde ich noch übermorgen hier sein also die fahrt zum getränke martin geht auch mich aber das taxi unternehmen ja ich stelle ihnen da eine kleine rechnung aus okay ist in ordnung machen sie das ist das möglich das sollte gerade machbar sein denke ich also das noch gut gedeckt ist jetzt auch nicht so viel die kosten belaufen sich auf 9600 dollar ja ist in ordnung ist es ja doch als als umzugs service inklusive für das ganze das ist mehr ich habe die rechnung gegeben unterschreiben ich bedanke mich also im höchsten maße dass sie gerade noch mit angerückt sind und die also allgemein weil sonst wie gesagt ich hätte keinen vorbein untersatz und jemanden nicht kenne der mir helfen können und viel erfolg und viel gutes auf ihren wegen und er hat dass sie vielleicht weltmeister werden im koffer weitwurf oder so ganz bestimmt wollen sie aber wenn sie was haben dann können sie mich da auch gerne anrufen okay wenn es ums taxi geht wenn sie im taxi brauchen gerne so wie es ist vorhin ja bestellt haben ja ich habe nicht mit dem anruf gerechnet ich habe von der polizei die auskunft bekommen ja die die machen das nicht also sich ja die haben total schlecht über sie geredet wenn ich mal ehrlich bin echt ja also das war irgendwie durch habe ich habe mit dem schlimmsten gerechnet bin ich ehrlich aber das ist ja mich gerade vom kompletten gegenteil überzeugt das ist also ich glaube da haben sie vielleicht sogar ein bisschen mehr kompetenz als dann vielleicht die polizei ja das ist nicht schwer also der eine der sah ein bisschen ein bisschen kräftiger gebaut aus ich glaube der hätte beim koffer weitwurf der maximal drüber gestolpert mehr aber auch nicht wünsche ich noch einen wunderschönen abend und ich denke früher oder später sieht man sich nochmal genau alles klar und dann für sie für sie schön haben noch gleich schön danke damit hallo ach guten abend ich wusste gar nicht dass ich dachte sie werden sonst wer ich wusste nicht dass wir dienste sind ja aber das ist ja ja das ist wohl war also ja ich fahr gerade zur wohnung das richtig schon noch sie sind neu im start ja was ist ihre bank id wieso wieso fragen sich was ist ihre bank es kommt mir jetzt richtig haben sie sie fragen jetzt gerade sehr schon wieder sie sind ein bambi ein bambi ja genau neu im start das ist so richtig ja aber das wollen wir das nicht alle irgendwann genau das ist richtig deswegen will ich bambis immer helfen weil die anfangszeit ist immer scheiße mit der bank id lassen sich raten ich muss jetzt kein mathe professor sein um eigentlich zu wissen was sie aber tun wollen ich finde ihre geste echt edelhaft oder edelmütig aber ich kann darauf verzichten tatsächlich der herr es ist mir ein mann lehnt es nicht ab wenn jemand ein ein nettes geschenk machen kann ich habe genug geld ich möchte ihnen nur etwas abgeben damit sie wenn sie sich bei einem überschaubaren betrag lassen würden dann müsste ich mich nicht ganz so schämen überschaubar für jeden start oder überschaubar für diesen start überschaubar nach am essen das ist einfach das ist jetzt nicht ihre vorstellung wahrscheinlich davon dann dasteht sondern etwas was ein bisschen dezimierter wäre wenn sie verstehen wollen jemanden mit dem fahrrad 200.000 gegeben das ist schon wieder eigentlich zu viel des guten das brauche ich tatsächlich erstmal nicht dann machen wir halb so viel wenn sie das möchten damit bin ich zufrieden wenn es jetzt nicht der volle betrag ist dann ist das reicht gut dann machen wir das so danke ebenso und wenn sie mal hilfe brauchen mediziner sind immer nicht ich das ja ich hatte tatsächlich kurze frage an der stelle wenn wenn sie einmal vor ort sind es haben sie eine art hotline die besetzt wird oder ist das bei ihnen nicht der fall nee das ist leider nicht so sie können uns per ambulanz können sie uns ein dispatch schicken naja ich dachte mir schon okay wenn sie bewusstlos sind kriegen wir automatisch ein dispatch also ich denke mal sie müssen dann aber den g muskel benutzen wenn sie am boden liegen ja dann sollten wir ein dispatch kriegen aber sie können mich auch persönlich unter der 15 11 erreichen die 15 11 alles klar weiß ich bescheid alles klar ich bedanke mich trotzdem für die edelmöglichkeit hätte nicht sein müssen aber trotzdem danke kein problem man sieht sich man sieht sich definitiv man alter ist warum ach ich ich ach leute ach leute ich weiß nicht so richtig das ist alter und man das ist nicht gemeint aber leute nee kommt dass das ja das ist ja es ist zwar nicht gemeint wahrscheinlich dann von den leuten und so aber ich sag wenn ich das schon wieder höre geben muskel und wenn du bewusstlos wirst und ich denke mir so warum sollte ich leute bitte ein bisschen professioneller das ist schwierig das ist einfach das ist ein naja und roller roller wäre natürlich auch am misst hätte ich mal schauen können doch im rollen aber ich das mal hier so das ist dann halt schon wieder irgendwo uncool hätte ich drauf verzichten können bin ich ehrlich wie aber ich ich filled Vielen Dank.